Schade, die Raptor Trophäe kann man nicht auf den Trophäe setzen. Schade, die Raptor Trophäe sind. 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 Wollt das natt ich sie? Und der Giger kommt nach ne Münze auf knapp 40.000 Reb. Jo? Komm, wir müssen los. Das versteht sich. Jaja, ich hab den Bronto jetzt fertig getamt und den Rex mit Pullen nenne ich jetzt. Was sind das überhaupt? Sex. Ähm, ist Bronto männlich? Äh, jaja, glaub ich. Geil. Die sollen Bronto Baby instant machen. 145, Alter, richtig geil. Jawad. User left your channel. So, okay, ich komm wieder nach Hause. User join your channel. Wie? Hm? Geil. Werd ihr schon los? Ne, 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 ne. Ich lade aus und dann gehen wir los. Guck, dass du Staff wegpackst, wenn du nicht brauchst, ne. Oh, der Rex will wach. Naja, ich hab ja sowieso Loot. Ich hab Perlen, alles. Pfeife, Pfeife. Pfeife. Ich schau mal. Ich schau mal. Hört. Impi, dein Wolf ist aber Mega, Pne. Du hältst schon so zehn Raketen aus mit dem Wolf. Wie viel Leben hat der? 5000. Ach stimmt, wenn Impi drauf sitzt, kriegt der ja auch noch weniger Damage. 30%. Ja. Deswegen, Impi, ist auch dein Wolf so stark, du hast nochmal 30% mehr Leben. äh weniger damage und 30% mehr Schaden Soke ich lad aus So das brauch ich nicht, noch ein Kompon-Punkt Willst du Impy willst ein Kompon-Punkt? Ja Wollte du? Lad mir in die Base-Dumb-Manage Ich hab selber Kompon-Punkt Weil ich ja auch einen hab Ja gut, dann geht er Die Pfeile hast du? Äh warte ich packe meinen Wolf, okay? Ich geb dir die Hälfte der Pfeile Steht zwischen, steht zwischen Wie viele Pfeile hast du denn, ey? Äh ich hab äh 100 irgendwas Ich hab 107 Ich geb Impy mal die Hälfte Warte mal, wenn ich geb ich Impy, dann brauchst du nicht die Hälfte Alles gut ist So, so Perlen Fabrikator gleich anwerfen Uh, Fähchen hat sich ein Ankyler Äh äh Fähchen züchten glaub ich gleich Ankyler Wir wurden in High-Level gezählt Ah ne, auch weit nicht Doch nicht Mp, wie viele Shocking Darts hast du? Ich glaub gar keine, nur du hast welche Und eigentlich ist es besser Wir können an Kylo-Snap-Tame äh ne Paare Und eigentlich ist es besser Ja ja ich weiß Ja ja ich weiß, hab ich grad auch gesehen Ähm, wie heißt es eigentlich ist gut, dass so viel Zeit verstrichen ist, weil wenn wir Glück haben Ist jetzt wieder gegen ihn reingegangen Ähm, Eka So geht Farben, ne? Ja? Für das, dass er mutiert ist und so Ne, braucht er schon ein schöner Name So, was können wir ihm geben? Hat der Wolf wirklich die Farbe, ich denke, dass er hat Warte, warte, bei X-Men gibt's doch so einen, der mutiert ist, wie heißt der Mut-Mutation? Ich hab so einen coolen Namen, Mutter Meiner heißt Snow, Schnee Äh, Hulk Ne, das ist blau, der kann nicht Hulk heißen Okay, da mal im grün an Blau Berlin, Ilka, Easter Ist er männlich? Ja, glaub ich Ähm, ja, wir hätten Fruiser, Cooler Raketenhilfe Cooler ist der Bruder von Fruiser Bei Dragon Ball So, ich repariere meinen Rocket Launcher und dann können wir los Ja, wir rennen schon mal Brauch mal nicht reparieren, der hat nur eine Rakete schießen müssen Ja, ich hab ja ein paar Spieler davor gekillt Ich musste auch nur einmal schießen Ist halt geil mit, äh, dieser Scuba da drin Ja, andererseits überlebst du da drin nicht lang Gar nicht, du hältst da 10 Sekunden zu uns aus Wir waren vorhin drin ohne So heavy Wenn du da noch in 4 drin stackst und nicht weg kommst, Game over Aber auf dem Imperium Server sind die Spawnraten dann höher Wenn hier nur so wenig Fliegen spawnen Klar, unser, unser Server ist ja viel schneller eingestellt wie das hier Äh, ich muss aber sagen, Zementfarben ist irgendwie jetzt falsch eingestellt Dann bekommt man nur noch 50-100 Zement aus einer Fliege Ja, auf Imperium Server? Ja Äh, ja, da wurde irgendwas eingestellt, Molte Ähm, zum Beispiel, wenn du ein Stein aufhebst, 25 Jaja, ich weiß, Farben ist an sich mal eins, aber die Sachen wurden einzeln hochgestellt Absolut nicht Ja, ich muss mal lecken Der Server berechnet die Sache an der Stall Ja, das, das du mal nachjustieren Okay Wenn man es nicht weiß, kann man es nicht ändern Naja Muss halt Jetzt kann ich wieder meinen schönen Stamina backen So habe ich alles ausgeladen, was wichtig war Ah, Fleisch Fleisch, Fähchen Fähchen braucht Fleisch 5000 Fleisch, da freut sie sich doch Ja, also Dustin meinte auch, sie zähmen gleich noch einen Bronto Sie können jetzt einen Bronto dichten und dann wollen sie noch einen zähmen Das heißt, wir haben eine nächste Brontoarmee Wie brauche ich einen Mannicabru? Ich habe 14 Echt? Können wir welche schon machen daraus, oder was? Überleg mal, wen ich gerade geschraubst habe Was hast du schon vor dem Umstelle gekriegt? 600 Das ist auch mit dem Metallfarm ein bisschen anders geworden Nein, Metall passt ungefähr, oder? Ne, ne, alles Alles, auch CP und Perlen 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 bekommst du auch jetzt weniger Also ich fand die Einstellung davor Besser, weil da hat es auch nicht gelegt Als ihr das, wo ihr dann eingestellt hattet Was? Was haben wir ihnen gestellt gehabt? Davor hat es doch richtig krass gelegt, ne? Da habt ihr irgendwas eingestellt, da hat es nicht mehr gelegt Ja, das ist das Aber jetzt bekommt man weniger irgendwie als davor Ja, der Server muss die Sache jetzt an der Stelle berechnen Achso Vorher hat der Server 1,2,3,4,5,6 Hilfe gemacht Und jetzt macht der Server 50, 50, 50 Er fangt direkt bei 50 an zu zählen Achso Und nicht von 0 hoch Du schlagst dran und er zählt 50, 50 Das verursacht viel weniger Frames Ah, das gibt ja, ne, das nennt man nicht Frames Das heißt irgendwie anders Ja, 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 ich weiss das meins Einfach nix, nur bleiben bei den Licks Die Verschrift Ja, ihr macht das schon Das ist jetzt weg Ich hab halt nie mehr das Techniker-Team früher Die sind alle abgesprungen Oder haben kein Bock mehr Und somit muss ich halt neue ranholen Und die müssen das erst lernen Ich bin schon mal ins Taggeist Ähm, Junge Du bist voll langsam wie es nur geht Ich bin schon längst hier und versteck mich Ja, ich komme, zwei Minuten Zwei Minuten? Achso, die Uhrschau Ich stehe mit Rocky auf Stargate gerichtet Ja, ist super Wir campen Stargate, ne Das ist ja klar Mach die Waffe weg Soll ich da auf Fahren hier stelle Und das quasi so Wie die USA mit dem Mond gemacht haben Dann hol ich unser Imperium-Symbol drauf und dann gehört das Stargate Und dann gehört das Stargate Und dann gehört das Stargate Das ist sowieso schon unser Stargate Aber ich benutze zum Beispiel die Public Stargates auf dem Imperium-Server fast gar nicht Das ist ja auch Und das mit dem Zwischen ist mega Das mit dem Zwischen ist mega geil bei Pi Ist ja schon wieder Pronto Hi Ja, das ist der 135er, den wollen sie gleich noch geben Naja, das ist der 15er Wählen an Ja, lass den mit jagen durch, oder? Mit durch an Das ist ja der 135er Ich wähl an, Jungs Na, das ist der 10er Wir weiß nicht, dann kommen sie wieder mit Ja, wo Pfff Warum willst du ja immer Prontos haben, IP Los geht's Autsch Oh, der hat mich reingebockst Ah, Molte Kein Pronto Schade Oh Aber der andere Pronto durch ihn, der schwimmt noch Ist das Kano noch tot? Äh, ne Was sollen wir doch beseitigen? Oh, schade Ey, ist weg Ok Wo ist denn da ausgekommen? Ich sehe auskönig Wissen ihr, warum wir immer im Wasser landen? Weil, na durchspringen Hey, ich bin gar nicht im Wasser gelandet, obwohl ich durchgesprungen bin Ich wurde durchgeboxt Hm, ja, das stimmt Eka hat ne Schelle kassiert und ist durchgeflogen Ja, du bist der Ausgang Ich spring schon mal raus, hepp Wollen wir, obwohl es dunkel ist, da rein wirklich? Das wird fett Dann können wir uns noch besser mit den Gegnern kloppen Ich find den fucking Ausgang nett Eka ist doch unser Spurenleser Da ist ne tote Fliege, hier sind Leute Gegen dem Ja, weil eigentlich, wenn man in die Höhle reingeht Sind da immer, äh Skorpion und sowas Und weil ich wusste das Eka, du bist jetzt nicht mehr unser Brain Du bist unser Spurenleser Ok, Jungs Ich bin alles Irgendwann fängt er noch an Pi, Impi, da ist ne Kacke Hier sind Leute Eigentlich War das schon Äh, in die Richtung Brain Das kann ich schon net mit Spurenleser vergleiche, weil Aber Wir zwei Haben net da dran gedenkt Wenn er fliegt tot ist, dass da einer drin ist Das hat der Brain gemacht Vor allem der Plan, dass ich gesagt habe Du hier halt grinst Wie der hässches Grinze im Spiel Ich bin Ey, ich seh grad nichts Ich kann so, ich seh nichts ne Es ist grad dunkler als sonst bei mir Jaja, bei uns ist auch dunkler Valhalla ist allgemein dunkler wie Island oder Sander Oh, ich hasse den Label auf Valhalla ne Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Die andere sagen, dass er noch hochkomme User joined your channel Piss Oh Allgemein Die Gruppe soll zusammenbleiben Ey, na Impi Na das halt nette Hose ausarten Impi Hm Ich stand grad mit dem Bronto vor der Tür und wollte ihn reinholen ne Und schon werd ich abgeschossen, Alter Ohne Witz, der stand nur vor dem Tor Und der frisch geteint wollte ihn grad reinholen, ne Bist der Bronto tot? Nein, aber ich wurde angeschossen Impi Mh Wir tame jetzt noch Also ich schon recht Tame jetzt vorm Stargate von uns noch ne 135er Bronto Den haben wir ja auch nixi Das war 10er und ne 15er grad Vielleicht nicht direkt mein Stargate Ja, so in der Nähe Ich hab grad ne 140 Womst du zum Stargate Nanny? Wow, jetzt war mal echt Komboscheiß Ich hab hier keinen Nebel, was hat der eigentlich? Nacht und Regen hab ich jetzt Ja, das hab ich auch Ne, wir brauchen halt irgendwie noch nen männlichen Tüler Nanny Er war noch ohne Propäne Was eck? Ja, es ist bei mir auch dunkel, ich glaub ich schwimm grad richtig Oh, bei mir sind mega viele Ähm, Molte Käpt mol Frosch noch nen Namen The boss The boss King Kingdom Nee Wer weiß, vielleicht ist hier jetzt jemand anderes drin Ich bin gleich wieder da, Panic Sag mal Ilka, du Kacknug Warum steht da bei dir nicht hinter Imperium? Hier bin wir da, äh Ich rei dich mal Kacknug nennen Ich bin The Brain Hast du dir ein Bronto gefunden? Ähm Ja, gut Ich hab die Honig Antwort auch noch nicht, jetzt wart Erst ist die Honig drauf Ja, hab ich Zweitens so weit davon Das wird er sowieso nicht wissen Findet ihr ja nicht mal auf Google Ach so, die Armbrust Im Team ist ja gut Ja, warte, okay, pass auf Rex Du tames den schon mal Ich geh nach Hause Sag keine Armbrust Okay, dann müssen wir weiter nach Hause Ah ja, okay, ich bin falsch gelaufen Nee, jetzt bin ich da Wartet Füllen darf man ja kämpfen, den Plan So, habt ihr alle Raketenwerfer, alles dies, das? Ja Sag, wenn du da bist, vorher ziehe ich keine Frage Ja, ich zieh mir jetzt schon mal Skuban, ich muss Dominator danken Ich möchte einen von Kingbomb töten Haben wir grad in der Höhle Ja, aber ich will einen töten Wir haben nur den Farmfrosch und so schön kalt gemacht Der Aufklärerwolf und so weiter Hab den eine Sword-Rüstung bekommen? Hab den eine Sword-Rüstung bekommen? Es gibt keine Sword-Rüstung Viel zu teuer Nein, 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 habt ihr von den eine bekommen? Nee, es läuft niemand mit rum Doch, äh, K-Town Oder eigentlich gleich K-Town Ah ne, das ist ja von Chris, ey, der K-C Die den Kack auch nicht selber fahren Wow Elk, wo bist du? Der ganze Flur ist voll Mit Fliegen? Nee, Viecher, scheiß Tren LK-Kampfer nennen Wow, ich hab hier das Haus-Symbol Ich auch Nee, lass uns nicht vor, sobald Fliege dort Langt schon, bleib schon hin, die Viecher da sind echt heavy Kein Bock, der Frosch zu Wo ist dein Nanny jetzt schon wieder? Alter, wenn du mit Florich spielst, da kannst du immer 10 Minuten warten, bis der überhaupt vom Arsch kommt Pass auf die Fliege Hier sind Fliegen Komm, komm Fräschlein Wenn demnächst mal wieder irgendwer so ein Tier sucht, das er benutzen kann Da oben steht ein weißer Rex Müsste nicht mein Rex langsam fertig sein? Ja, ist er Perfekt Danke Hast du alle? Ja Hat der 100% bekommen, Birgit 96 Ah ok, das reicht komplett dafür Ich denk immer, hier ist ein blauer Drop, weil's so leuchtet Hier gibt's auch eigentlich Drops drinnen Ja, die sind ja ausgestellt Rex, machst du für... äh, nimm du dir eine Armbusse, ich nehm mir eine Armbusse, gibst mir dann gleich einfach die Hälfte der Pfeile Haben wir uns verloren? Wo bin ich langgelaufen? Weil wir sind Fliegen, Molto Ich bin bei Impy Irgendjemand holt grad schon Polymer, oder? Ja, wir, wir sind grad zurück Also ich Wir haben... so fast 2000 ungefähr Elka bringt die Flieger nicht um Alles in den rechten Fabricator, bitte Ja Rückgleich die Turrets verkürzt Wir brauchen... Ich hab 330 Molto, wenn wir Flieger durch sind, immer aufpassen auf, wie man kommt Ja Ja, Elka kommt Ich hab jetzt nicht gesehen, dass die Turrets wir auf dem einen Häuschen haben, aber das ist... Ne, ich mein Fremde Ja, ja Ne, das ist wie überrascht Von der Seite kommt nichts mehr Toll ich dann auch Munition wieder rein? Flieger? Ja Ja, die ganzen Ausgeschalteten hab ich grad noch gesetzt, aber da kommen noch mehr drauf Vertreib's ein bisschen Mann, dieser Scheiß-Giger, der ist da immer noch Ähm, Molto, bei mir sind Fliegen So, ich hab... wir können wieder los Vergesst der Medical Brew Wo sind sie? Wo ist Medical Brew? Können wir auch Kampfkartage machen? Können wir auch Kampfkartage machen? Können wir Kampfkartage machen? Können wir Kampfkartage machen? Kein Gemüse Wo ist Elka? Hier, ich bin noch von Ey, 272er, Ark Nation, wo die Rhino killen Ja, klar, mach weg Ja Ja Die haben wir grad auch schon gefehlt auf der Pinguin-Insel Seit der ganze Zeit nur rumgeflamt Wir sollen ihn nicht killen und so, der will nur noch einmal fahren Ja, ihr wollt auch noch fahren Ich hasse es, wenn Leute auf einem KVP-Server sagen, dass sie immer nicht töten darf WK Du was hast? So, äh... Ist sie oben nix mehr? Nene Hm? Ja, ich hab... und auch die Hälfte der Pfeile reingelegt Ähm, Birgit, was fehlten noch viel mehr Medical Brews? Ich brauche, ich bin auch noch welche Ja Da war wieder da Da war ein Flieger... ach so hier Ja, 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 ja Er weg? Was? Bin für... Bin für... Bin für die ganze Zeit weg, richtig gesagt Ja Ey, wo hast denn die Pfeile reingetan in der Rex? In... in meine Katze Hättest du sagen sollen Hab ich doch Ach so, die hab ich nicht zu gut Naja Und du? Deine Katze steht hier einfach nur Ich weiß, ich bin mal gerade Medical geholt Davor ist es halt so low, der wird dann noch nicht mehr fliegen worden ist es Wir haben jetzt echt starke Thames, wir brauchen jetzt nur noch gute Rechse und dann haben wir schon Und Rino, 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 wo kommen los? Ja, Leute, ich komm hier nicht durch Wisse Wisse Okay, warte ich muss meine Katze Ich bin... Dann... Hier komme ich zurück dann Okay, ich hab 3700 Zement Das sind AK Fliege Wir nehmen nur das Team das für Team mit Ähm, einfach mal hier übers Geld springen Okay, das war's dann wieder über dem Geld springen Bleib aber dann hocken und guck schon auf Level, oder? Na ja So, ich geh schon mal zum Stargate Ja, ich bin auch schon unterwegs Was halt so lächerlich ist, dass wenn du mit dem Tudas springst, dass du kaum Stamina verlierst Ja, hol du das, ich geh schon mal vor Wie viel Schildkröten Kibble braucht man für ein 135er Bronto ungefähr? Also ich hab für mein 145er drei gebraucht, ganz knapp Dann nehm ich zwei plus ein paar Major Berries Ja, genau Wollte, laufst du zurück? Ich bin... Ich steh noch hier Warum? Wieso, nimm doch drei mit Ich komm nicht rum Ja, leg ich alleine zurück Geht schon Oh, da war jemand... Da war jemand dran Da war jemand dran Da war jemand dran, ich hab nämlich grad das Viege killt von denen Ich komm Wüste 2 Es geht immer, Alter, weil das noch keiner kennt Hier sind Steingolem Level 20 Jo, komm mit Steingolem? Ungetamed? Ja Dann tamed ihn mit Rocket Launcher Ich hab nur 6 Stück dabei gerade Ich weiß nicht, ob es reicht Du brauchst 56 Schuss mit Rocket Ja, das siehst du Ist es egal welches Level der hat Der stirbt mit Rocket Launcher Ja, stimmt Nee Ja, doch Kanonen brauchen wir, wenn er Kanonen Kanonen per Racer So, das war's glaub ich, Molto Ja Ich denke doch, A Königste So, wir sind da irgendwie, alles gut So, wir sind da irgendwie, alles gut Gut, wir gehen vor So, ich bin da Ich brauch noch ein bisschen Abstand Du nicht? Fang schon mal an den zu tame Genau, am Stargate eigentlich Siehst du mich hier? Ja Warte, ich bin da Ja, ja, ja Welches Level ist noch der Rex da? Warten zu Ähm, Jungs, wir haben keine Steine mehr Ich geh gleich was fahren, wenn wir den Bronto haben Ich mach auch mit Also klar Du kannst aber, ne, dass ich mir geh Wenn du, äh, mit einem Kühle fahren gehst, kriegst du auch an die 10.000 Ne, nein, 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 nein Tödi kriegst aber mehr Hundertfuchtscher Rex, natürlich Hundertfünfzehn Achso Äh, Molto, wieviel CP hast du jetzt? Drei oder vierk Mit einem Baum, Kletterer Ja, wo bist du? Ah, da ist auch Still, wir sind grad, ich lauf grad Richtung unsere Base am Strand entlang Ich bin jetzt bei ganzem Bronzo, sie sollte gleich den Bronto finden Ich seh' dich grad nicht mehr Du bist grad raus runter jetzt Bleib ja im Bronto, Shadow Äh, Shadow sag ich schon mal Ah, hier Ja, ja, ich schieb ihn ab Läufst du ganz am Wasser lang, oder läufst du etwas mehr innen? Am Wasser Läufst du, ganz am Wasser lang, oder läufst du etwas mehr innen? Am Wasser Einfach grad raus, hab ich schon grad gestehen Alter, ich stacke halt hier. Leckt es oder leckt es bei mir? Ja. Du hast zwei Brontos, ich würde den anderen ja... Hallo? Hm? Da kommt noch einer in den Peak. Wieso kann ich denn jetzt? Ich töte den anderen Bronto, warte. Welcher ist der Low Level? Der hintere. Ja, er ist Level 55 weg damit. Geh auf, dann springe ich als Wehr runter. Ja, geh, Spaß auf der Froschow. Da hab ich hier drei. Ich will jetzt gar nicht überall, wie das, nur hier unten auf der... Okay. Dann passen wir auch. Hier ist ein Spieler mit dem Abkehr unten. Gleiches. Kann man auch mal machen. Rette der Harodim! Hinterher! Rette, aber was machst du? Ja, ich bin im Wasser, aber Molte macht das, ich komm wieder hoch. Ja, ich bin die Brick hochgerannt. Safe und over. Ich snipe ihn weg von oben! Geh weg da! Komm mal deine Hilfe! Es kommt der, es kommt jemand! Wo ist denn? Von hängen oder durchs Daniel? Das ist Edi, komm. Nur deine Hilfe! Gasser Treffer! Was denn? Achso, ich komm hier. Ich hab den anderen jetzt weggelockt, der ist beschäftigt. Ich hab jetzt nur jetzt grad noch einen, noch zwei. Dann lauf doch nicht in die Richtung der Brontos, was machst, bitte hin. Weitertreffer! Du blockst immer mehr! Ich stack hier grad in der Schildkröte! Wer ist denn der richtige Bronto? Schieß weiter! Der hat mir meinen Komponentor geklaut. Das ist der du Mastagsvieh! Der Bronto rennt schon weg! Ich mach den Bronto weiter, du schaffst das! Ich mach den Bronto weiter! Auch nochmal zweimal getroffen! Der ist blutig! Ja, ja. Zweiertreffer, Headshot! Denn du, was ist das, ne? Ja, ja, das ist ja. Noch, noch einer? Noch einer, noch einer! Noch einer, noch einer! Oh lol, ich hab ihn grad viermal geschossen, viermal getroffen. Nee, was war das denn? Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Du darfst mir, der will mich? Er ist noch die Gerätmung. Da hat mir jemand geschossen, hau ab du. Taille, tschme, tschme, tschme. Da hat noch jemand geschossen? Wo ist das, mir macht ihr! Da hat jemand geschossen, nicht ich! Ich hab' noch nichts gemacht. Ähm, das war ich ja. Aber ich, ich habe' diese auch! Ja, aber ja, ich schieß sie auf! Boah, das war' ich ja, aber ich schieß sie auf! Ne, noch ein ganz anderer, aus meiner Richtung. Was sagt der zwei? Wir sind viel schneller als er. Warte, ich hab Armbrust, ich betäub ihn. Ach so, ich hab' ja auch nicht klar. Kommt ihr? Elka? Limpi? Er hat keine Brust mehr. So, hat er noch. Er hat Angst um. Er kommt um. Luft mehr. Elka, schaffen wir's, wenn du genau in den zu hupst? Autsch! Elka hat's nicht geschafft. Na, er muss zwei Maße. Na du Lama-Frosch. Wie sieht's aus, wenn ich mal jump. Soll ich mal jump? Hehehe, da geht dir schnell die Samina auf. Ich hab' unend. Ja, ja. Und vorbei gezogen. Ich muss hoch, ich muss hoch! Oh, ich sterbe vielleicht. Was wollen bei Panic überhaupt, was geben das ab? Ja, wir killen ja gerade, lauter, lauter, lauter. Fuck, ich muss auch hoch. Wo? Oh, ich hab's überlebt. Was ist denn im Wasser? Liegt gleich, dauert schon ab. Elka. Fuck ey, fuck ey. Der soll dann schießen von ihr. Das wird zu knapp, das wird zu knapp. Ja. Nur du schießen, Leute. Ähm, im Wald Richtung Saget. Juhu. Wir tellen grad den 135er Bronto. Und das sind Leute. Nein. Wo kam ein Poder und Panic drum? Das war bei Panic und so, glaub ich. Ah, was macht ihr da Perlen, oder was? Ach ja, wir haben von Harodi ihren Affen gekillt und den Spieler. Wo hast du den Spielerhafen gelootet? Ja. Ja, ich hab die Shotgun, ich hab die Shotgun. Der trifft mit mehr als nur Jethos. Was? Hä? Was ist das? Also, jetzt mal ganz im Ernst. Ich schieß vom Sabertooth ne Schildkröte ab und töte den Sabertooth. Geh, geh. Zum Glück war's nicht meiner. Sag mal. Ich dachte, das geht nicht, dass man von seinem Tier schießen kann auf sein eigenes Tier. Ach, das geht. Dieses Spiel macht mich... Alter. Warte, Nanny. Nanny? Ja. Nichts. Ware. antibiotics. wokebrenny dassel- Warte, Hier bin ich genauer? Bug rangeometer Postипs von Mas Saudi,